Jetzt kommen wir zu auf Schlichting und hier ist richtig Marsch, die Eidermarsch oder so. Rechts und links Kühe, Schlichting kreist den Marsch. Ja, sehr tief gelegen, die Motter überall, allgegenwärtig. Kommt man denn nun längs, rechts oder links? Einfach mal versuchen, ich kenne mich ja auch nicht aus, Schlichting. Im Herbst, 21. Oktober 2012. Die Eidermarsch da denn noch? Ja, hier gibt es auch noch einen. Alles wird am Marsch verteilt. Eidermarsch. Das ist so richtig so ein Dorf in der Marsch hier. Hochgelegte Straße. So ein Saubsjag. Von allem Mottern hier rum. Ja. Das ist wohl nicht so, dass es ein bisschen höher ist. Aber rechte Seite ist richtig, einen Meter tiefer oder noch tiefer. Da mottert man den ganzen Tag rum. Das ist Schlichting. Das ist Schlichting. Der Erbskrug haben sie hier. Bloß keine Gäste. Bloß noch irgendwie eine Pizza rein. Oder ein Dönerladen hin. Dann wird das was. Dann kommt sie ja auch. Das ist wichtig. Hier ist die Feuerwehr. Schlichting. Auch rübsch gemacht. Die Deutschlandfahne war auch nett. Nett angelegtes Haus. Ist auch ein bisschen übersehen. Reiterhof gibt es hier. Bekannte Brusthaltestelle. Was denn aussagt. Dass wir natürlich Brust haben. Da hinten ist auch noch mal Schlichting. Ist das die B5 hier oder was? Glaube ich nicht. Dann nehmen wir das auch noch mal mit. Und drehen dann vielleicht mal um. Schlichting. Nicht, dass wir bloß die Hälfte mitkriegen. Das müssen wir alles sehen. Das waren die Garaden. Im Stil der Ost. VEB. Das waren die Garaden. Hier wird Laub gehakt. Klasse. Aus der rechten Hand. Die Kühe ziemlich tief in der Motte. Ja. 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 Schlichting hier. Großes Dorf. Langgezogen. Wenig Leute. Links geht es nach Klebe. Das können wir diesmal nicht mitnehmen. Ja. Wo geht es denn hier hin? Da denn noch. Auch so gefährlich hier. Alles motorig. Guck mal wie die Autos aussehen. So sieht das hier aus. Wenn man hier lebt. Die Autos erstmal dreckig. Wo kommen wir denn hier noch hin? Ich denke mal bald ist Ende hier. Das ist Ende. Wir sitzen am Kanal nachher oder sonst was. Okay. Tschüss dann.